Remix-Fans, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Seht mal, was ich hier habe. Das ist ein Arbeitsheft vom Cornelsen Verlag, das hier vor zwei Tagen eintraf. Und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was ich damit anfangen soll, bis meine Frau mal ein bisschen drin rumgeblättert hat. Und siehe da, neben ganz vielen anderen schönen Sachen, findet man hier hinten einen Remix-Reim, original, geschrieben und gedichtet von Sean Kollack. Und ja, damit befinde ich mich hier in bester Gesellschaft. Denn es gibt hier natürlich nicht nur Remix-Reime und andere Übungen, sondern zum Beispiel auch ein Gedicht von Ringelnatz oder eine Fabel von Aesop. Also, in einer Gesellschaft mit Aesop und Ringelnatz, wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich nie geglaubt. Und tatsächlich, wenn man hier in den Index guckt, ist nicht gelogen und erstunken. Hier steht dann wirklich, dass diese Strophe von Remix stammt. Und somit kann man mit Fug und Recht behaupten, dass ich jetzt ein veröffentlichter Dichter bin. Jetzt kann es nur noch aufwärts gehen.